Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer. Was wollen wir? Wir möchten, dass an zwei Tagen im Schuljahr die Schüler dem Unterricht fernbleiben können, ohne einen Grund dafür anzugeben. Wir wollen nicht, dass sie im Bett liegen bleiben. Man muss den Tag vorher benennen. Und das ist sicherlich nicht der Untergang des Abendlands, sondern ein Stück mehr Freiheit. Im Ausschuss ist gesagt worden, dass Schule lebe von der Vertrauensbasis. Die Schüler würden den Lehrern vertrauen. Ich sehe das ein bisschen andersrum. Lasst uns doch mal den Schülern vertrauen, dass sie diesen Tag nicht ausnutzen, sondern tatsächlich nur dann fehlen, wenn etwas Wichtiges anliegt. Insofern stehen wir da weiter zu und fänden, das wäre ein guter Beitrag, um ein bisschen mehr Freiheit, Privatleben für die Schüler ermöglichen zu können. Vielen Dank.